Musik Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zum heutigen weihnachtlichen Musizieren. Wir spielen Was soll das bedeuten? Ein Lied, das ursprünglich aus Schlesien kommt. Beide Hände liegen in der C-Grundstellung, das heißt der tiefste Ton ist das C in beiden Händen. Schauen wir die Noten an. Das Lied steht in Dreivierteltakt. Ihr seht in der linken Hand immer die halben mit Punkt, das sind immer drei Schläge, das geht immer einen ganzen Takt lang. Ich spiele es euch mal kurz. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Also die linke Hand hat fast immer drei Schlagnoten, außer ganz am Ende. Hier unten eine halbe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die rechte Hand beginnt mit acht Noten auf die drei. Das heißt, es geht Was soll das bedeuten? Es taget ja schon. Und so geht es immer weiter. Aber was sage ich da? Fangen wir an. Die rechte Hand beginnt mit dem Auftakt auf dem C. Zwei Achtel, zwei Viertel geht immer drei, eins, zwei, drei und eins, zwei. Also der Rhythmus geht immer. Was soll das bedeuten? Wenn es taget ja schon. Und so weiter. Ich spiele die erste Zeile. Daumen liegt auf C. E, E, D, E, F, E, F, E, F, G, F, E, D, C, D. Nochmal. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Drei, vier, fünf. Vier, drei, zwei. Eins, zwei. Und die zweite Zeile. Die zweite Zeile ist identisch mit der ersten. Darum spiele ich gleich weiter. Die dritte Zeile mit der Stelle schaut nur daher. D, D, C, D, F, E. E, E, D, E, F, D. E, E, G, F. Die dritte Zeile. Zwei, zwei, vier, drei. Drei, drei, zwei, drei. Wieder vier, zwei. Zwei, drei, fünf, vier. Und die letzte Zeile. E, G, F, E, D, E, F. Das sind achte. E, D, C, D, E, D, C. Also der Auftakt zur Viertellinie. Wir glänzen die Sternelein je länger, je mehr. Gut gemacht, wenn ihr bis dahin gekommen seid. Wir spielen jetzt die linke Hand. In der linken Hand werden immer zwei Töne gleichzeitig gespielt. Im ersten Takt ist es das C und das G. Drei Schläge. Eins, zwei, drei. Ihr seht jetzt, der obere Ton bleibt gleich. Und ich spiele D, G. Im nächsten Takt bleibt wieder der obere Ton gleich. E, G. Und wieder der obere bleibt gleich. F, G. Ich spiele gleich weiter in der zweiten Zeile. E, G. D, G. C, G. Ihr habt im ganzen Stück immer mit dem Daumen das G und der untere Ton wechselt. C, G, D, G, E, G, E, G, F, G. Jetzt geht es wieder abwärts. E, G, D, G, C, G. Und den G im Daumen. In der dritten Zeile spielen wir immer nur ein G oder C, G. Und ich spiele noch die vierte Zeile. Die beginnt auch mit dem Daumen auf dem G. Dann F, G. Dann E, G. F, G und E, G. Nochmal die letzte Zeile. Erster Finger. Zweiter und Erster. Drei, eins, zwei, eins, drei, eins. Gut gemacht, wenn ihr bis hierher gekommen seid. Drückt jetzt auf Pause und spielt jede Hand ein paar Mal, drei bis fünf Mal für euch allein. Drückt dann auf Weiter und wir spielen beide Hände miteinander. Z, D, jetzt zusammen. Vielleicht klingt es bei euch so. Wenn die Melodie abgerissen klingt, dann liegt es daran, dass ihr die linke Hand zu lange aushaltet. Ich zeige es euch nochmal. Was soll das? Und bei B fängt, geht die linke hoch. Also man muss in der linken Hand immer rechtzeitig loslassen, weil man auf die Eins wieder zwei Töne runterdrücken muss. Die zweite Zeile. Ich lasse jetzt links los. Die dritte Zeile. Schau, nur, zwei, vier, eins, zwei, drei. Vierter Zeile. Vierter Zeile. Jetzt die vierte. Achtung, Sternlein. Ich zeige euch noch einen kleinen Trick. Damit die Melodie nicht abgerissen klingt, hebe ich immer die linke Hand hoch auf das letzte Achtel im Takt. So. Jetzt. 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 Also mit dem runterdrücken der letzten Achtelnoten hebe ich die linke Hand hoch und dann werden die Stimmen verbunden. Wenn euch das zu schwierig ist mit dem Loslassen, ist das ja auch egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall happy playing und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Ach, ich habe es noch vergessen. Ich wollte euch noch sagen, wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Tutorials hören möchtet, dann abonniert doch den Kanal hier unten.